Vögel oder Fisch? Ja, kannst du entscheiden, was ich einmal buche? Fisch. Okay, Fisch. Oder doch nicht. Okay. Es gibt noch. Hey, du hast es. Ich habe noch eine Idee. Also, ich habe noch eine Torchküche. Ich habe noch eine Torchküche. Ah. Ah. Man, schon alles nass und führte. Ich glaube, ich habe so viel weg. Ja, ich bin vorsichtig. Ja, genau. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Oh, das sind wirklich Skadangen. Keine Wurz und veröffentlicht. Je lah. Ich glaube, dass ich hier den Kopfang ist. Oh, das ist gut. Ah. Ich hab jetzt schnell geschrieben, die du dir in der Denkwert zu haben. Ich hab das Video version gefallen. Und mir das Video Online speaking. Und mir doch. Untertitelung. BR 2018 Ich muss ja scheinbar die Hemdfreiheit ankommen. Ja, ich komme. Wer schaust du? Und jetzt? Wo hinten ist weges? Wo hinten ist weges? Da tauchen sie auf und schnappen uns. Entschwinden ins Moskitogebiet. Ah. Immerhin äussern sie sich sehr deutlich. Immer positiv gesehen, oder? Immer positiv gesehen. Man sieht, die Runde hat sie gut gehandelt. Jetzt aber nicht wieder zicken. Nur weil es nass ist da. So, habe ich gesagt. Ist sumpfig, darum wäre ich anders gelaufen. Ja, ja. Und jetzt? Deinen Kopftauger setzen oder wir folgen? Weisst du welche Frage? Ist eh schon klar. Ja. Ja. Sie sehen schon, Hansle. Trinkst du jetzt von dem verrotteten Wasser, oder was? Hm? Ah ja. Ich kann mir die Füße nass machen. Hm? Ich kann mir die Füße nass machen. Ich hoffe, dass ich hier oben bekomme. Das ist ein sonniger Abschnitt von meiner Suppe. 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 Und jetzt? Das ist ein sonniger Abschnitt von meiner Suppe. 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 Ja du. Oh Turbo, eh! Jetzt der Turbo! Ja du, eh! Jetzt auf das Malpassamt! Die haben wir gerne. Aber wir gehen wieder daran arbeiten. Der Ruf! Wirklich? Tatsächlich? Also gut. Weiss du bist.